hallo und herzlich willkommen bei Weltalkenbild. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und das vollen gespielt West Games ist heute wieder da. Dann spielen wir das mal schnell weiter. Okay, und was war das jetzt? Das habe ich gerade nicht irgendwie verstanden. Eingelast. Eingelöst. Habe ich eingelast? Wieso? Dann werden wir schnell erstmal wieder in die Tagesmission. Warte mal. Erstmal alles einsammeln. Einsammeln. Einlösen. Gleich hier die Missionen machen. Okay, was haben wir noch hier? Allianz. Okay. Naja. Gut, das brauchen wir glaube ich nicht. Ich habe zwei Nachrichten eingelöst. Da, hier, da. Einlösen und die auch einmal einlösen. Ich habe ja irgendwie einen Frosch in den Hals. Einlösen. So, wir sagen mal, das und das und das und das und das und das heißt, dass die bei Laufen Allianz so und so und so und so. Und ich drücke den. Einlösen. Wann ist denn meine Stadt hier endlich fertig? Einlösen. Einlösen. Was? Ist im Bauernhof. Auf 2! Und jetzt. Das Sägewerk. Upgraden. Katis. ich glaube ab fünf minuten ist mal gratis wenn es länger dauert zuppi duppi Die Baracke, yep, und die Die Baracke, ja, 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 ja Wow, 5.55, ist auch noch gratis Hm, das nicht Was mache ich jetzt? Was wird den einlösen? Oh, ich habe genug Zeit Erforschen, Sheriff? 8 Skillpunkte, yeah Ich habe hier noch Schuppenausbildung Die Wins sind gesperrt Nahrungsproduktion ist auch wichtig Komm, gehen wir auf Nahrung Zureißen Jetzt kann man auch Forschungstempo erhöhen Konstruktionstempo Naja Ok ich hätte gestern gelesen ich brauchte eine 30 minuten ich brauchte eine stadtmauer ist das hier zu gratis noch nicht beschleunigen ich dachte immer noch 17 minuten 16 minuten ich bin schon wieder fertig wie sieht meine stadt gleich aus das möchte ich gern wissen so machen wir das noch schnell drei krankenhäuser ein denkmal denkmal ein wahrenhaus auf der Weltrei oh da ist eine Gang ich bin Ein, zwei zu mir. Gratis. Los, komm, schneller. Das kriegen wir doch noch geschaukelt hier. Später kommt bestimmt noch ein Platz mit den Geigen. Da wird bestimmt das Lied spielen, das Lied vom Tod gespielt. Oh, heppisch. Oh, ein Likander. Nach zwei Minuten. Ah, gut. Jetzt fehlt mir sowieso Stein und Holz. Dann werden wir jetzt mal schnell hier verwenden. Und hier meine Queste einlösen. Okay. Und hier. Und das. Einlösen. Dann gleich wieder los schicken und den auch einlösen. Yes, hau. Dann haben wir hier noch eine Nachricht. Einlösen. 50 Gold. Und das wäre dann alles hier. Ich habe jetzt gestern ja auch nicht weiter gespielt gehabt. Das ist heute erst das zweite Mal, dass ich das spiele. Und wir haben dann also in knapp 20, ich sag mal höchstens 30 Minuten die Stadt soweit aufgebaut. Und das ist gut. Ich lösen. Ich lösen. Ich lösen. Ich lösen. Okay. Ich lösen. Und hier unten haben wir schon mal ein bisschen die Farben. Holz. das war Stein und das war was war das Produktion Miene Eisen ja gut ich würde mal sagen, das war es für heute einmal hier ich habe hier schon wieder 4 ach ich habe ja bei einer Allianz beigedreht stimmt, ja so ich brauche da Hilfe vielleicht noch was eine Mail ich kriege ein Geschenk Allianz von Annika Boni, was für Boni, haben wir auch nichts so das war es dann für heute ich stelle mein Ticket einsammeln und dann fertig so recht herzlichen Dank für's Zuschauen ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal dabei seid bis dahin viel Spaß und auf ich